ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge schön dass du dabei seid und das gucken wir das drauf wir haben immer noch das problem mit dem stau der kreisverkehr hier ist frei das funktioniert gut das ist okay jetzt staut sich natürlich hinten die frage ist warum die nicht alle drei spuren benutzen bedeutet aber auch nur so mehr stau haben auch hier haben wir noch wenn ich es mal laufen lassen etwas kleines verkehrsproblem da wollen sie alle rüber und so mal gucken um die hier alle rüber wollen wir haben bis zum schluss fahren hier ist ja sonst nix natürlich auch gerade ausfangen können wir fahren auch alles hier vorne in dieses verkehrsberücktes bereich ist schon viel zu tun also es ist wird auch viel zurückgebaut gerade es kann sein dass ich das am wohngebiet liegt ich habe gesagt dass die hier aus ein haus bauen sollen mal gucken dann löst sich das zumindest vielleicht erst mal durch wenige einwohner genauer 4000 da werden schon 17.000 okay also hier ist es entspannter wir werden auch u-bahn bauen es ist auch noch ich habe gestern abend noch mal bin ich wach geworden hier noch mal einen buslinie gebaut die natürlich jetzt zurzeit nicht gebraucht wird jetzt gucken wir einfach mal was die hier für gebäude hinsetzen ich glaube hier habe ich wohngebäude ja genau selbstversorgung auch hier aneinander wir sind ja glaube ich hauptsächlich in der wohngebäude und außen dann die wir sind mal gucken ob die überhaupt hin wollen noch überhaupt noch so viele hin wollen hier löst sich wieder auf hier ist es okay wir müssen auch mal gucken wo hier die verkehrsverbindungen angeht okay die autobahn geht hier lang das heißt wir sollten vielleicht hier noch mal eine lang führen dass wir da hinten noch eine ausfahrt machen das finde ich nice dazu müssen wir aber auch noch kacheln besorgen und kaufen wäre dann definitiv die die einwohner zeit geht wieder hoch und wir können wir auch noch mal vielleicht können wir dann auch noch was regeln 10.000 okay dann haben wir jetzt das x fertig wenn wir hier sie können nur noch eine separate autobahn bauen würde ich sagen oder wir führen die autobahn unten weiter der option die autobahn unten weiter führen holen die wieder hoch und fahren hier weg gesungen vielleicht wäre das die option weil wir können auch die autobahn komplett hier umführen so und einmal so dass die hier hinten noch hinkommen und nicht was es uns kosten würde könnte aber ganz gut passen die halt noch andere auffahren haben jetzt haben wir hier nämlich die aufwarten machen wir pause wenn wir jetzt hier sagen wahrscheinlich die autobahn dann Das ist ein Hauptfahrt, oder? Das ist ein Hauptfahrt. Ich werde das nicht gleich doppelt machen. Diese Autobahn, Bus drohen, die das können wir auch machen. Ich werde jetzt hier entlangfahren. Ja. 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 überlegen baue ich hier noch ein kreuz an oder ich hier drüben rein natürlich auch hier die auffahrten können wir die hierhin die dahin er fährt da rein okay um darüber hinzukommen dann würde ich das sogar wieder weg machen hier dann ist es besser wenn wir sagen wir gehen hierhin einmal b so ja passt schon mal das ab hier fahren die busse zumindest hier so auch machen dann haben wir hier abwarten 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 Vielen Dank. Sorry, irgendwie hat Pause nicht funktioniert. So, jetzt fahren wir hier, aber der Bus ist auch blöd. Okay, das heißt ja, wir fahren einfach hier ab, fertig. Die ab. Die Frag. Wo sind die ja Dinge geworden? Die können hier runter, wieder rüber. Und die können natürlich auch wieder. So, jetzt nehmen wir Auffahrt. So. 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 haben wir die aufwahrt jetzt sollte eigentlich wir kommen von da wieder hoch ich nehme ich sagen wir machen und hier von hier natürlich eine riesen so jetzt haben wir nämlich 1 so jetzt kann man nämlich hier sagen möchten wir gerne 60er und sagen jetzt hier 60 so der soll das eigentlich ersetzen hier ist was anderes irgendwas anderes der muss ja das sein die autobahn haben wir den der ganze auto ist jetzt zwei spuren und denkst du das ist der wir haben auch nur zwei spuren glaube ich dann haben wir den da dran erst mal alles als kreisverkehr dass ich aus hier rein kommt wieder wo haben wir die auffahrt und die wagen nach da es kommen natürlich alle die von da oben kommen noch nicht hier drüben drauf das müssen wir noch machen jetzt erstmal dies wichtig dass die auffahrt hierhin kommt das heißt hier muss auch noch gucken dass wir hier rüber kommen das mit der auto die band auffahrt hier ist noch nichts dazu machen das ist der kreis dann haben wir jetzt die auffahrt machen die kommt von da eigentlich muss man es doch hier machen wir wollen wir aufbauen und dann die auffahrt muss ja dann hier hin die auffahrt wieder beide die abfahrt nach das einmal das heißt alle die nacht darf fahren erst mal so ich weiß es nicht ob welche die von hier kommen ist ja dann von dahinten kann natürlich auch passieren aber die fallern erst mal eher durch die stadt so heißt das haben wir erst mal hier umgangen ist schon ein stück so ein bisschen autobahn zu bauen das haben wir haben die hiener das ist ja dann natürlich auch durchfallen oder also Ja, guck mal. Ja. dann können wir jetzt hier erst mal weiter fahren ist jetzt nicht schön glaube ich aber selten jetzt können wir hier nämlich hat doch jetzt im feld zumindest die busse ein die da auch können wollen und auch die lkws wollen natürlich dahin finden auch ein habe ich ja hier lasse ich ja hier lang fahren das übrigens auch dann ist auch die lkws wollen ja kreisverkehr und dann könnt ihr auch dahin ok natürlich schöner wenn es sich hier schon anfangen aus diesem kreisverkehr heraus und dann gehe ich hier so macht da leite noch durchkommen da ist auch gerade erst wieder im aufbau so ist aussieht wir haben 7000 einwohner das ist ein bisschen was aber hier vorne ist jetzt gerade etwas euch ok also hier anfangen die lkws ab könnte natürlich auch hier ist großräumiger umfahren so weil dann könnten wir hier nochmal rüber das heißt eigentlich reicht es einspurig das heißt und dann nehmen wir den den Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann haben wir den nämlich da lang, das ist auch nice. Dann können die da rüber fahren. Dann können die hier entweder oder nicht hier sagen, wenn wir noch da oder hier nach. Dann können wir natürlich noch beiden. Das ist natürlich auch gleich. Dann können wir gleich in die Richtung gegangen werden. Wenn wir hier eine... Ach, Stauro. 40. 40. 40. 40. 50. 41. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 41. die straße hier unten was ist das ist nämlich die wir können natürlich sagen jetzt kommen hmm dürfte es jetzt klappen das heißt hier können die entscheiden wo sie hinwollen dann den kreisverkehr drüber gemacht hätten die kommt von da lassen wir trotzdem erst mal unten und unter die nicht so viele durch die stadt fahren vielleicht immer glück haben okay jetzt muss ich noch die abfahrten aber wir sind schon über der zeit über 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 die zeit aber hier lassen wir mal kurz laufen kommen wir alle hier findet hinten wir stehen ja viele nacht irgendwo rein straßenverkehr weg hat schon große industriegebiete und so nimmt gerade ist auch kein verlangen was ist schon mal gut meine dreispurige straße machen so sechsspurig dann wir sind einfach ein schaden hier wir haben alle gesammelt darüber ne alle in dieses wohngebiet hier in die fußgängerzone das ist eine gute idee aber die wollen halt in gearbeitet machen noch bloß aber toll sieht sich aus wo jeder verstaut ist erstmal weg ja okay ja 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 so ist gut ja 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 da hin denke ich ja 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 wenn man den service punkt wenn ich überhaupt wieder finde sammeln punkt das programm ich hier hinten ein hin machen das laut und immer hier hin und hier noch ein hin ich habe noch Geld so jetzt geht es los nehme ich noch Geld und kein strom ist schon gar nicht so einfach ne da natürlich schulen direkt dahin gesetzt ist jetzt aber jetzt nicht lang ne warum fahren die nicht alle verstehst nicht hier die dürfen die dürfen der lilane der geht nur so ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist sehr fett ne die hat 3 verteilen okay vielleicht haben wir es jetzt mal gucken aber wir sind schon wieder bei 13.000 ein wohler hätten gerne fußgänger nicht in der fußgängerzone ok richtig dass du nicht in der fußgängerzone bist ich bin gebündete arbeit also wie sieht es denn aus mit schulen grundschuhen haben wir nicht genug oberschuhen sind da die bibliotheken sind noch nicht ausgelegt ein paar grundschuhen könnten wir noch vielleicht hier oben das sieht schon mal gut aus so läuft die fahren ab wir müssen jetzt halt die autobahn in betrieb nehmen die war auch teuer wir hier sagen ok steuerung ok ok doch wir können dann ja hier das sieht so hoch das sieht so hoch das sieht so hoch das ist sehr tief ok das ist sehr tief das ist das ist ich aber schnell ich glaube ich Oh, sieht doch auch nett aus, als müsste das so sein, komm, das muss nochmal so, das heißt, wenn auch irgendwo muss es rauf gehen, runter gehen und da drüben auch auf runter, mal gucken, ob es klappt, da ist es zu hoch, ach guck mal, die sind alle falsch, warum hier in der autobahn, da können wir nochmal gucken, muss mobil sein, auf einen Das war sehr gut. Let's check it out. So, how to boom? Okay. Okay. Was sagt der hier? Kaufen wir alles? Okay. Was wollen wir denn kaufen als nächstes? Ich glaube hier, oder? Na, da ist die Brücke. Na, das kaufen. Sollen wir hier auf und ab fahren, so. Mal jetzt wirklich hier im Kreisverkehr hin machen. Aber ein irgendwie vernünftiger Höhe. So. Ähm. Da ist es so. Können wir hier so hin machen. So. Mal schauen, dass der hier noch weiter fährt. Fährt, fährt, fährt. So. die auffahrten hier gucken er muss andersrum genau seine auffahr lassen so das muss jetzt hier noch anbinden hier so und jeder möchte bestimmt dann hier rund führen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017